ja hallo liebe filmfreunde ja vor ein paar tagen hat sich der david david von dave's movie place bei mir gemeldet und mich gefragt ob er mir ein mystery paket zu schicken darf natürlich natürlich ja da bin ich gerne bereit das entgegenzunehmen da freue ich mich sehr ich habe ihn dann so ein bisschen versucht auszukitzeln mystery paket so ein bisschen aufzulösen er hat sich nicht erweichen lassen er hat mich nur so ein bisschen angetriggert was denn da drin sein könnte film dvd blu ray figuren edition figuren merchandise filme neckerfiguren ja tatsächlich ist es so dass das paket jetzt endlich angekommen ist aber bevor wir es aufmachen adressen scherzen so man kann jetzt nichts mehr kennen nicht wahr gut ich bin gespannt ja ich bin sehr gespannt breit hier messerchen immer vom körper wegschneiden man kennt das man kennt das so hier auch noch mal das ist für seine größe relativ schwer steht ein gewicht drauf bis fünf kilo keine ahnung paket ist auf 12 was das schoko toffees knister knister das ist immer ganz tolles geräusch hier auf youtube schoko toffees final toffees bonbons mit schokolade umhüllt ja von stock die gebe ich dann gerne weiter also die kommen nicht um bei uns das geht glaube ich relativ schnell wenn ich die gleich weiter reiche dann wird das einmal kurz inhaliert und dann sind die weg mein ding ist es nicht so aber vielen vielen dank aber ich sehe hier noch was natürlich haribo darf nicht fehlen offizielle youtube währung haben wir hier phantasia keine ahnung auch die werde ich vielleicht mal kurz an riechen dürfen nein also ich werde sie auf jeden fall probieren essen bin ich nicht so der bin ich so der süßkram freund ehrlich gesagt zwischendurch mal ein bisschen schoki vielleicht aber gut danke 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 also süßkram wird immer gerne entgegengenommen das nicht falsch zu verstehen oh hier ist noch eine wunderschöne karte drin frohe weihnachten ich lese vor oben rechts datum dezember 20 ganz wichtig hallo oliver ich wünsche dir viel spaß mit diesem mystery paket und wünsche dir deinem coolen kater und deiner familie nein family hat er geschrieben y und deiner family eine schöne weihnachtszeit david von dave's movie place von hand geschrieben wunderbar vielen lieben dank das weiß ich auch wirklich zu schätzen das ist ganz ganz toll dankeschön danke danke die werde ich mir einrahmen und hier irgendwo an die wand hängen nein jetzt spaß wirklich danke so dann sehen wir hier als nächstes luft polsterfolie dann schauen wir mal ich habe jetzt eben pakete gepackt hätte ich die folie gut gebrauchen können aber egal da guckt jemand meine videos ganz hervorragend ein stahlbuch stirbt langsam jetzt erst recht das ist der teil der mir noch gefehlt hat ganz hervorragend super 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 cool leider hat sich die gelöst aber kein problem ist nichts passiert ihr qualitätsprodukt alles in ordnung sogar im stahlbuch spitze cool vielen vielen dank dafür klasse ja jetzt muss ich die anderen auch noch am stahlbuch suchen super auf jeden fall cooles geschenk wirklich super ich freue mich total klasse der findet das ding findet auf jeden fall seinen platz hier irgendwo super david vielen herzlichen dank für das paket ich wünsche dir auch eine schöne weihnachtszeit und ja man hört sieht sich wann auch immer dem rest von euch wünsche ich noch einen schönen mittag mittag abend macht's gut bis zum nächsten video ich danke euch macht's gut ciao bis zum nächsten video